So, what's more? Es geht hier weiter auswärts und ich bin jetzt Besitzer dieser Party. Welcher Party? Natürlich mit der Topmannschaft. Jetzt geht es dann auch in einem Cup gegen Nuffingham Forest, in den FA Cup. Um genau zu sein, jetzt wird es eine heiße Phase, um genau zu sein. Jetzt wird die Liga ein bisschen härter. Jetzt haben wir zwei Pokalspiele, dann den Kabao Cup, die auch gegen Watford sehr wichtig wären. Wegen Internationale, eventuell sich zu qualifizieren. Gut, das ist dann mal Abate. Becker. Und Hockmar. Schön gemacht von Willems. Noch kann hier. Ooh. Kann ich spiele im Fokus, ja Transfer, man ist noch beschäftigt mit dem Vorhanden natürlich und mit Überlegungen, Positionsverstärkungen und Erster Rüstenshops zu nutzen. Paragluck jetzt noch bei Garnier. Valentino Lassau, ein Österreicher, hier mit dem Batzer. So, dann darfst du natürlich auch einen Song nicht so frei Köpfe lassen. So, dann darfst du natürlich auch noch ein paar Mal sehen. So, dann darfst du natürlich auch noch ein paar Mal sehen. Also, du Raubmann, Valentina Lazaro. Kings, Taylor, Williams, Lani, Valentina, 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 Valentina. Auch nicht, findet ihr Sinn? Oh, das ist natürlich auch jetzt in die Hose gegangen. Naja. Oh. 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 Es kann uns hören. 42 Minuten gespielt. Exeter versucht es ruhig hier zu spielen, macht aber auch ein paar Fehler dadurch. Ja er kommt, Joker und glaube ich, einer der sich in den letzten Spielen sehr sehr ausgeteilt hat und es wohl auch verdient hat hier zu stehen. Von beiden Treffern gegen Everton beteiligt. Eines aufgelegt. Andere eingeleitet und da eine riesen Chance. Selbst rausgeholt. Ausgeholt. 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 Vielen Dank. Der Versuch, die Idee war da. Jetzt gibt es noch Foul und jetzt sieht er nie gelb und das kann man nicht zulassen, dass der dann weiterspielt. Der Zehner geht auch. Sonnen wird seiner Position übernommen und Barrett ersetzt ihn. Jetzt glaube ich, ist dieses Spiel gut, auch von der Defensivleistung. Und sie macht seinen Job da draußen auch ganz gut. Und sie macht seinen Job da draußen. Ja, das war auch eine kleine Idee von den Zweien. Und Barrett liefert immer souveräne Leistungen ab. Und dann geht's auf. Und dann geht's auf. Und dann geht's auf. Und dann geht's auf. Und dann geht's. Und dann geht's. Und dann geht's. Und dann geht's. Kamaric unterstreben. 0-1. Exzetta. Kamaric freut sich. Und von wem kam der Pass? Von wem kam der Pass? Da zeigt er, ich liebe euch. Kamaric, Rossi. Schöner Pass. Wirklich guter Pass. Fünftes Premier League Trefferchen von Kamaric, der wach geworden ist. So, jetzt muss das verteidigt werden. Romo wird jetzt versuchen, jetzt nochmal alles vorhauen. Das war zu viel. Das war gut, Maier. Das war gut, experts. Der Eingang hat gesagt, dass es ein Minimum von 2 Minuten. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dann noch dran, macht's gut, tschau!